Soldaten der Ordnung, Spione, Verräter und Terroristen halten sich im Schloss von Takodana arm, die von Mitgliedern des Widerstands unterstützen von ihrer Flucht, aber sie werden nicht entkommen. Wir kriegen unsere rechtmäßigen Gefangenen, indem wir dieses Gebiet übernehmen, Meter für Meter, beginnen bei der äußeren Gedenkstätte. Los! Oh nein, das ist doch ein Scheiß-Ding, das muss ich da einzunehmen. Das geht auch nicht so, super schwer. Oh, fuck. Natürlich, das ist eine SEP im PC-Z, die automatische SEP. Oh, fuck. Nein. Blaster überhetzt. Oha, normal. Also, fuck. Ach, willst mich verarschen. Ich bin schwerer Drucker, der wird von einem Frontkäppern mit einem Schuss geklappt gemacht. Hab schon extra Leben. Ich bin schwerer 1700 in Stürmer hitter. Ich bin schwerer slipping. Ich bin schwerer Drucker! Ich bin schwerer Drucker. oh 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 okay wir können da oh du versuchten jetzt die gedenkstätte einzunehmen ich habe mich gerade in das welter geschleudert einmal damit ich meine guck mal sind ja schon 40 leute ich finde die scheiße ja ich bin der erste angriff weil du hast nur einen punkt die du erobern musst normalerweise ist er immer umgekehrt mehrere punkte zwei punkte einpunkt los geht es bleiben wir hier einfach ich überlebe das ich überlebe das nicht da kam auch ein lukrad angesprungen ich habe mich getötet bevor er mich töten konnte wir greifen die gedenkstätte an wir haben einen kommandeur des widerstands im einsatzgebiet da ist leer oh mein gott was macht die gedenkstätte nix mehr zu suchen außer du bist viel zu jung in diesem zeitalter kairo renn ist zu uns gestoßen kairo nix der kairo kairo renn 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 Schön schön. Mal sehen, was mir passiert jetzt. Da kommen einige, glaube ich. Oh ja. Oh Gott, aus der Funne. Oh, da ist keiner. Der ist gerade weggerannt. Oh Gott, da kommen sie gerade. Östliche Bombe ist fast scharf. Niki, musst du jetzt noch halten. Endlich bekommen wir unsere Rache. Okay, Niki, ich geh zur nächsten. Jo, perfekt. Das war eine gute Taktik. Von hinten eingeschlicht und direkt weggemacht. Du warst richtig gut. Niemals! Jawoll, ich hab das Ding immer noch verdrahtet, Niki. Ah, du bist gar nicht mehr im Leben, ne? Shit. Ich steh direkt, also einer steht direkt am Ding. Okay, du hast ihn. Aber ich hatte dadurch, ich hatte nicht in einem Leben. Ich bin am Ende! Ne. Obwohl er im Dings war. Er war im Thumbodus und er hat trotzdem noch einen Kickfilm bekommen. Der Wanstern-Modus. Na die. Ich bin da einer. Ich bin da einer. Ich bin da einer. Oh, was? Ich hab die Baum noch nicht vergerührt. Oh, ich hab die falsche Tatsche gedrückt. Ich hab die falsche Tatsche gedrückt. Ich hab mich zum Mutant-Mutant-Fuck. Äh. Komm. Ich bin da nicht von meiner Mord zu erhöhen. Augen nach oben! Augen nach Himmel! Ich hab die Fahre aus. Ich hab die Fahre aus. Ich hab die Fahre aus. Und wie weit ich bin da? Ich hab die Fahre aus. Sprengsätze auf der Westseite sind scharf. Nice. Ich bin auf Raiders dran. Ein Top-Agent des Widerstands wurde gesichtet. Oh Gott. Hallo Raider. Der ist dran. Oh oh. Okay, ist die Schock. Oh fuck, da waren zu viele. Ach man. Verstärkung, wir haben einen Elite-Agenten im Einsatzgebiet. Los, Kevin. Ins Kasteel. Oh, der ist drin. What? Ach man, hör mal auf da oben. Oh Gott, es liegt gerade aufs Maul gegeben, so ein bisschen. Oh fuck. Ach, da war BB-8, man. Wo kam der denn her? Nicht, wie schnappt sich die Leute oben im Kurm? Alles im Griff. Nehmen das Schloss ein. Alter. Kommst rein, ich bin blambiert einfach. Oh. Komm mit. Oh. 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 Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber wenn ich eigentlich gerade einen Seefelder um... Ray wurde geahnt. Seid in der Nähe dieser Schrott-Sammlerin vorsichtig. So schleißig. Oh Gott. Nein. Oh Mann. Mich hat's leider erwischt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde immer überleben. So nicht, Alter. Darf Maul ist wieder da. Er ist nicht gestorben. Alter. Jetzt stirbst du. Ihr seid Hilfe. Hab dich. Ich habe dich. Oh Gott. Wir haben das Schloss und die Kontrolle. Lang lebe die Ordnung. Das waren mal Rebellen. Warum sind wir eigentlich so oft immer nebeneinander oder also so hintereinander? Keine Ahnung. Du warst gerade, ich war gerade 405. Okay, Niki, Verteidigungskampf jetzt, ne? Ja. 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 okay ich merke die stellung einzunehmen gar keine so schlechte idee die teilweise aber wieder rausgejagt die haben wieder rausgejagt die gedenkstätte wird angegriffen da sind 80s die o9 jetzt haben wir ein problem ich kann das einzige dass die verstärkung der ersten ordnung von der landung abhält so lange wie möglich ja was das von protection pack wo ist unsere spawn protection wenn wir mal mit dem flieger starten okay einmal noch was spaß macht und der westseite Aufsandelslochkrieger, weißt du, ganz ehrlich. Wir wissen, sie wollten ganz schönes Kampfbett sein, aber nicht. Da hat sich immer wieder eine einbezogen. Oh, was? Okay. So. Im größten Teil, hat er das Kalender gesagt? Es gibt ja kein Leben, was ist das? Bombe am östlichen Geschütz. Ey, Mann. Ich fühle es wie bei dem Film. Feige. Das geht heute nicht um. Endlich ist Geschütz sicher. Wir haben eine Bombe platziert, aber ist nicht ein Geschütz. Bei uns nicht. So, so. 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 Ich bin jemanden am östlichen Beschütz. Sofort! Ihr habt es versucht und habt gute Arbeit geleistet. Aber wir können hier nicht bleiben. Rückzug zum Schloss! Hier steht ihr nun. Letztes Gefecht bei der Cantina. Wir verteidigen Mars Castell, während unsere Freunde in einen Transporter steigen. Mir fällt kein Grund ein, warum das nicht klappen sollte. Überhaupt keine. Wo kommen sie? Von Transparen oder von links? Der Rest beschafft! Was kann ich den ganzen Tag machen? latte Was können ich mir und die ganzen Tag machen? Alter... das ist war weiter ich hab da was wir ausprobieren sollten ja es hat zwar spaß geben aber muss auch mal wieder runter kommen ich kann nicht erkennen wer es ist das was auf jeden fall wir verlieren die kontrolle über das schloss das ist schlecht das ist sehr schlecht wo sind unsere helden eigentlich ja ich bin hier unten aber ich bekomme auf die fresse und will mich da aber die ganze zeit ein bisschen auf die fresse ja genau ich habe keine ahnung was ich gerade hier gemacht habe ich bin auf jeden fall durchgerannt habe jene menge schaden angerichtet anscheinend nicht genug das war's unser evakuierungstransporter ist unterwegs und die sturmtruppen kriegen gar nichts ja leute das war's aber wir haben zwar nur gelagte ich habe einen künft gespielt aber hat unseren ja es hat spaß gemacht trotzdem auch wenn ich manche sachen hier irgendwie nicht ganz so hier manchmal ja wir sind dieses woche wieder dann aber dann zahnsafte faust bis dann haut rein und tschüss tschüss